Ahojda, was geht ab, Leute, Hong hier. In der neuen Folge Hong Reacts gab's schon länger nicht mehr. Dachte ich mir, bring ich mal wieder eine. Ich bin grad beim Gengar Day. Falls irgendjemand nur 5 Pässe macht, 5 Rates, oder ja, irgendwie nicht kann, der kann sich ja dieses Video anschauen. Oder, er schaut es sich an nach dem Gengar Day, während ich noch das Video vom Gengar Day bearbeite. Das kommt dann heute Abend irgendwann raus. Was heißt Abend? Nachmittags, irgendwie so 16, 17 Uhr wahrscheinlich, kommt das Gengar Day Video. Ja, zieht euch das rein und jetzt starten wir mit diesem Hong Reacts. Gen 1 Wulpix und Bisasamennest im Olympiapark und Olympiadorf. Das ist ein bekanntes, großes Nest in München. Es sind sogar zwei Nester. Es gibt einen nördlichen und südlichen Teil. Wir waren zum ersten Mal dort. Wir kannten beide Teile nicht. Wir wussten nicht, dass es gezweiteilt ist. Ja, lustigerweise die Person, die uns da hingeführt hat, war der Philipp. Hat sich natürlich später herausgestellt, dass Philipp, der Map Philipp ist. Aber wusste man damals natürlich noch nicht. So. Ich komme, da war Wulpix. Ja, viel Wulpix hat auf dem Weg hierher gefangen. Sag's, Wulpix. Da, wo wir, also da links. Da bin ich hergekommen, wie die Brücke. Also hier hat angefangen, hat mir Bisasam angezeigt und Macholo sogar. Okay. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich bin, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nichts gefunden bis jetzt. Es hat die Frage, wo wir hingehen. Wir sind hier wieder mal Olympiapark. Das wurde geändert zu Wisasam und Macholo. Und anscheinend auch Wulpix irgendwo. Also schauen wir mal. Wir wissen aber nicht genau, wo es ist. Ja. Also ich habe eigentlich gelesen, Olympia Nord. Ich weiß nicht, ob das hier Olympia Nord ist. Ja. Olympia Nord. Ja. Und wir suchen einfach. Wir starten halt mal ein bisschen früher. Ich habe nicht mal meine Bälle aufgeladen. Ja. Oh mein Gott. Wo ist so ein Typ am Bälle verbrochen? Ja. Von hier genauso war. Direkt zwei Wisasam am Start, Alter. Aber eigentlich sind wir auf der Suche nach Macholo. Macholo immer gut. Bis heute immer noch gut. Na ja, schon. Direkt noch Unzipa daneben. Richtig nice. Mein Kajak leuchtet fleißig daneben die ganze Zeit da rum. Oh, da sind sie ja. Supersaftig. Echt jetzt? Ja. Seht, ich habe noch neun Superbälle. Echt jetzt? Das war es. Ansonsten ne Hyperbälle. Ich muss da ja auch noch aufführen. Ich habe auch fast nichts mehr. Ich habe gestern voll nur gepeimt eigentlich. Was Tati sagt? Er hat gestern nichts mehr. Er hat gestern nur gepeimt. Aber damals war ich bereits nichts mehr. Dimi schon wieder weg. Alex auch gar nichts mehr. Also Tati eigentlich der Einzige, der noch damals noch aktiv war. Der Rest war schon wieder kein Bock mehr auf das Spiel. Auf dem Ding. Macholo immer noch. Die meinten Macholo am nördlichen. Also oberhalb des Olympia-Parks. Ich weiß nicht, wo oberhalb bedeutet. Der Olympia-Park fängt ja hier an, oder? Eigentlich. Hier ein? Das heißt oberhalb ist auch dann da hinten wahrscheinlich, oder? Da werden wir halt mal einfach mal gucken. Das ist eigentlich der südliche Teil, glaube ich. Ja, aber Gott. Drei Minuten später, ich kriege das Besatz-Aram jetzt auch. Mein altes GPS, vergess das. Tati hat nachher wieder zusammen entdeckt. Sagt schon mal nice aus. 632. Irgendwo. Irgendwo. Aber Wolfix wird jetzt auch angezeigt. Boah, das Mini-Event war schon heftig, Mann. Pokestops Minimum 6 Stück. Und jetzt kriegt man so 2 oder 3 Teile, Mann. Das war schon echt saftig, eigentlich. Ja, ein Event. Ein kleines Event gab's. Hast du das in Japan gehört? Naja, Lapras, ja. Die sind total, oder? Lapras. Die haben spawnen Lapras wie bei uns Klebolaks und so. Alter, da könnten wir echt mal hin. Ja, aber überleg doch mal. Du kommst ja zurück mit 30 Laprasern. Ja, mehr, Mann. Super saftig. Das ist echt krass, Mann. Aber die haben's auch schon verdient, oder? Der Grund, also wieso Tati gesagt hat, die haben's verdient. Das war ein Event. Nicht unbedingt Charity-Event, aber schon für einen guten Zweck. Und zwar gab's ja diese Erdbeben-Tsunamis-Katastrophen in Japan. Und Nantic hat mit der Regierung zusammengearbeitet und hat dort eben dieses Event gestartet, um die Wirtschaft und den Tourismus da ein bisschen anzukubbeln und dann das Geld ein bisschen reinzubringen. So als Nachwirkungen für diese Katastrophen. Da, wo ich grad nicht bin, sonst würde ich die verteidigen. Aber dafür hab ich zwei Wulpix entdeckt. Feuermedaille auch nicht schlecht. Oh mein Gott, das stimmt. Da können wir eigentlich, äh, das hab ich auch total vergessen. Ja, kriegten wir auch noch. Wulpix ist nicht schlecht, ja. Ja, die EP ist bekommen, für drei Kämpfe. Ich brauch jetzt jeder Wulpix als Lucky. Genau, jetzt gehen wir zur richtigen Sacke, glaub ich. Okay, ich spule das mal kurz vor. Wobei die ist eh raus. Wenn man einen Thilo entdeckt. Ein was entdeckt? Pass auf, ich krieg gleich Berge und Hyperball. Oh, Magnetilo. Für die Stahlmedaille. Alter, da haben wir als Medaille gelernt. Also mehr Wulpix bisher als wir zusammen. Mach mal auf. Alter. Wo sind wir hingelaufen? Jetzt kenn ich mich hier aus. Bei den zwei Nestern. War schon afters dort. Alter, wo bin ich? Wo sind wir da hingelaufen? Das ist irgendwo, nee, Berufsschule, also wer sich da auskennt, das ist vollkommen falsch. Einfach falsch. FALSCH. Alter. Hat die Bekämpfende gerade eine Arena? Eine blaue Zähne? Moderne Architektur? Moderne Architektur? Ich würde ihm gerne helfen, aber ich bin so ein Schritt zu weit entfernt. Das alte Arena-System. Das andere Schritt kommt einfach nicht. Das alte Arena-System. Warte einmal eine Runde und dann geht immer weiter. Binge ja nix, Mann. Meine ist immer scheiße, Alter. Also wenn man zu zweit unterwegs ist und man kämpft alleine, dann ist das scheiße. Alter! Keine Ahnung, wo uns Tati hinführt. Ackermannbogen. Nein, wieder Richtung Uber. Alter, wenn ich euch das auf einer Map zeigen könnte, wo die Nester sind und wo wir gerade hinlaufen. Und die haben auch ein paar U-Bahn gespawnt ganz am Anfang. Vielleicht ist er auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob es da was gibt. Ja, wir sind einfach um einen Park raus, dann sind wir hier irgendwo. Auf dem Irrweg, den uns Tati zurück zum Olympiapark führt, haben wir eine blaue Arena entdeckt. Der Wächterlöwe. Level 6, die wird jetzt runtergenommen. Tut mir leid an alle blauen Zuführer. Alter, der Wächterlöwe? Das ist Nähe, Louisville Park. Das ist... Kein Kommentar, Mann. Wir haben die Arena fertig gemacht. Tati hat noch den Schluss. Genau. Arena Weiß. Wenn ihr Weiß-Arenen seht, ihr wisst, das waren wir. Wir haben welche mitgenommen. Ja, Mann. Es lohnt sich echt, die Gauern einzusetzen, weil dann mein ich gleich wieder weg. Also, kommst vorbei und setz dich rein, wenn du willst, ja. So, kurz was zu den Weiß-Arenen. Damals waren Arenen auch sehr, sehr wichtig. Leute haben es versucht, immer, ihre Arenen zu halten. Und, ja, die wurden direkt wieder eingenommen. Sehr, sehr aktiv waren damals Arenen. Deswegen wollte man nicht unbedingt was reinstellen, weil das GD verloren und dann Beleber damals waren auch noch viel seltener. Und, ein weiterer Grund, wenn du dich reinstellst, dann sieht die Person, dass du die Arena platt gemacht hast. Das heißt, es gibt Rache-Aktionen. Es kann sein, dass du danach gesucht wirst und aus deinen Stamm-Arenen gekickt wirst, weil du eine Arena angegriffen hast. So krass war damals das Arenasystem. Es gab wirklich Rache-Feldzüge. Ungelogen habe ich auch gemacht. Ich habe gesehen, hey, der hat mich gekickt. Okay, bekannter Name. Ich bin zu jeder seiner Arena gegangen und habe ihn rausgekickt. Aus Rache. Damit er weiß, hey, mit mir kann man sich nicht anlegen. Lass meine Arena in Ruhe. So krass war das Arenasystem damals. Noch ein Vulpix, also definitiv Vulpix sportiert, Nest. Leider nichts von Machado zu sehen. Wir sind aber auf der komplett falschen Seite. Okay, okay. Jetzt. Toilettenpause. Toilettenpause. Wir sind irgendwo reingehört. Toilettenpause. Genau. Wichtigste. C. Gebäude C. Gute Toilette, merkt ihr euch. Das gibt's euch. Ich habe nichts bei Settings. Also wir sind schon fast richtig, aber noch nicht ganz. Da so ein bisschen links, hier da hinter Tati, diese Bungalows. Keine Ahnung. Oh, bei Bungalows, da erinnere ich mich. Ich schreibe mir irgendwie immer irgendwas mit Bungalows. Ja, wenn dann ist es hier. Ja, geht's da hin? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Also die gelbe 9 Arena. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist nicht so gut, aber... Ich komme da aber leider nicht mehr. Ja, leider nicht mehr. GPS, tot. Dorf, Uhr. Was sind Bungalows, Alter? Da sind kleine Wohnen genau, oder? Was sind Bungalows? Also das ist das Olympiadorf. Da wohnen Studenten. Das ist richtig geil. Das ist wie ein kleines Dorf. Für Studenten. Jeder hat so ein kleines eigenes Bungalow. Richtig geil gemacht und fast alles von denen ist ein Stop. Schon krass hier. Ist echt geil gemacht. Oh mein Gott, seht ihr das? Oh mein Gott. Schau links. Oh yes. Soll. Krass, gell. Nicht schlecht. Keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind, aber es ist echt cool hier. Wie so ein kleines Dorf. Heißt ja auch Olympiadorf. Ja. Wir haben ja noch ein geiles Gemäle. Ich muss mal dahin gehen und ein paar Instagram Fotos machen. Oh, 736. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. So rund, du würdest dich glänzen mit Silke, wenn du das warst. Bisa Samen immer noch angezeigt. Also Bisa Samen geht ab, Brooks geht auch ab. Ja, nur ist ja keine Mahalos. Ja, ist auch auf der anderen Seite. Noch ein Bisa Samen. Ist ja jetzt wieder weiter gegangen. Jetzt sind wir wieder im Wulpix-Gelavier. Okay, was mich verwirrt, dass da drei Pokémon sind. Also ich wollte sagen, ich kenne ja die zwei, das ist doch Nord und Süd, aber was macht das Wulpix da? Irgendwas passt hier nicht. Bisa Samen macht nur ein Wulpix. Das ist ein Pokémon zu viel. Aber naja. Das ist außerhalb, das ist so recht. Das ist so recht. Ja, ja. Das hat nichts mit dem Park zu tun. Deswegen ist es echt mit den Winden echt komisch, mit den Mahalos. Wir haben noch nicht die richtige Spur erwischt, oder? Nee. Also wenn es dann erst gibt... Vollkommen falsch, Mann. Vollkommen falsch. Dann muss es ja irgendwo hier sein. Aber wie gesagt, hier, und ich weiß nicht, wo du bist. Direkt hier war jetzt einer bei mir und da oben auch einer. Aber die muss ich erst später entwickeln, Mann. Auf der Suche nach den Mahalos haben wir zwei Volksdur. Hör zu. Tati hat gerade einen 100% Mahalo beschluckt. Die Freude ist glücklich, Mann. Zu richtig, Mann. Hier, 622 WP, eigentlich schon recht hoch. Insgesamt, der kann einfach alles, KP-Wert, Angriffswert, Verteidigungswert und alle auf 15. Richtig nice, Mann. Nicht schlechter Ding. Nicht schlecht. Richtig, das ist nice, Mahalo, Mann. Echt nicht schlecht. Ja. Das war es jetzt von mir, vom Olympia-Pack. Muss leider gehen. Ja, Mann. Die versprochenen Mahalo-Less haben wir eigentlich gefunden. Ob es eins zu allem möglich gibt, weiß ich noch nicht. Ich halte auch mal auf ein paar Jungsfragen. Tati und seine Connections. Gürza. Damals Tati. Klassen Connections. Ja, weil in die ganzen Gruppen. Ein bisschen gefahmt. Bar Reben, gut zerstört. Hast sie nicht richtig zerstellt. Aber was gemacht. Naja, hat sie schon gedoht. Oder? Ah, schon okay, ja. Ja, dann sehen wir uns vielleicht später noch one. Vielleicht. remot mich, oder kannst du sagen, Hauptbesitz ageben, mach ich. Wo geh ich denn hin, Alter? Wo geh ich denn hin? Outro Time! Das war's von uns wieder, wie ihr sehen könnt. Auch bei der U-Bahn-Station habe ich noch einen Visasam gefangen. Also Visasam gibt es echt eine Menge, auch Wulfix. Nach Holos müssen wir noch mal nachschauen. Ich habe hier wie immer jetzt noch einen Wulfix für euch. Also Visasams habe ich jetzt nicht genug, dass ich jetzt noch eins entwickeln kann. Aber da sind auch echt sehr viele Visasams. Ich würde sogar sagen, fast gleich so viele wie Lullinpold Park, was schon ziemlich krass ist. Die Volnona nicht mein erstes, aber trotzdem. Wer zum Beispiel noch Volnona braucht oder so wie wir Medaillenjäger ist, der sollte mal dort vorbeischauen. Alles klar. Ansonsten wir mal hinterlassen im Kommentar, wo wir als nächstes hingehen. Nee, 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 das braucht ihr nicht. Aber was ihr machen müsst, checkt das Video später ab, Gengar Day. Wie gesagt, 16, 17 Uhr, irgendwie sowas. Vielleicht bin ich auch schneller. Ansonsten natürlich wieder mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist Serious Business. Yur, bis zum nächsten Mal. Garthai, komm, komm mal respecto�! bloss